So, äh, da bin ich wieder. Irgendwie wurde ich ein wenig überrascht. Ich habe auf Warten gedrückt und dann ist die hier aufgetaucht. Merit Deer. Irgendeine seltsame Tante. Ich will nicht sterben. Nur sterben, du... Auua! Autsch! Sie hat doch tatsächlich gezaubert, die... Halte, Drecks, Schrolle, Tanks, Blitzfall, um... Na, Alter. So, äh, wer oder was bist du? Irgendein unwichtiger NPC. Okay. Ich dachte schon, vielleicht ist hier irgendwas Wichtiges für eine Quest. Wieder halbwegs hochheilen. Hm, 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 hm. So, okay. Jetzt haben wir es 8. Also 10. 19, 19, 11, 12, wait. Äh, so langsam wird es langweilig. Kommt jetzt jede Stunde, wenn ich warte, ein so ein Kerl. Okay, der rennt weg. Und der Ton ist wieder mal aus. Wache versus seltsamen Kerl. So, ähm, ich würde ganz glücklich sein, wenn der Ton wieder auftauchen würde. Äh, nein! Loot, wo ist der letzte? Da. Jetzt hab ich aus der Seine die Wache geschlagen, ey. Mensch, noch eins. Okay, sie ist tot. Ähm. Kann ich jetzt vielleicht mal... Ich kann immer noch eine Stunde warten, dann taucht hier wieder irgendjemand auf. Und der Ton ist immer noch weg. Na, komm. Okay, irgendwie ist der Kerl seltsam. Er lässt sich einfach verprügeln. Ne, doch nicht. Jetzt wehrt er sich. Vollum. Tu uns allen den Gefallen. So, jetzt bist du wie einer. Was ist du dabei? Ein paar Silberpfeile. Mhm. Wieder hochheilen. Also dafür, dass ich hier mitten in der imperialischen Hauptstadt bin, laufen echt verdammt viele von diesen komischen Kerlen rum. So, okay. Lass mich raten, wieder nur eine Stunde. So, nein, endlich. Halleluja, noch eins. So, hier ist der Kerl. Aber ich speichere hier jetzt kurz. Versuche irgendwie wieder mal kurz den Ton zum Laufen zu bringen. Auf die übliche Weise. Audio. Okay, das hat nichts gebracht. Dann hier einen kurzen Schnitt. Ich versuche den Tobio zum Laufen zu bringen. Wir sehen uns gleich wieder. Wunderbar, er geht wieder. Zurück zum Spiel. Ja, gut zu sehen, wieder. Das ist ein speziell Job. Die Guilden hat eine Begründung bekommen, um eine unique Statuette zu bekommen. Es ist ein Bust von Lephasa Indaris, die recently slain Countess von Chadenhall. Äh, ja, ich nehme es. Schöne, ich nehme es zurück, wenn du es nicht hast. Okay. Tschödelü. Shadow hide you. Whatever. Ähm, Quests. The Album Mail. Map. Wo muss ich denn hin? Aha, hier. Westgate. Fast Travel. Hoffentlich nicht schon wieder irgendwie auf halbem Wege von irgendwelchen Leuten angegriffen werden. Der Satz hat keinen wirklichen grammatikalischen Sinn ergeben. Whatever. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich möchte nicht wieder von irgendwelchen Sätzen individuell angegriffen werden. Ach, ich dachte, das wäre später so einer. Okay. 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 Ich soll mal die Waffe wegstecken. Ich soll mal die Waffe wegstecken. Ja, ich soll mit ihr reden. Hallo. Meine Kinder werden dir für deine Hilfe bedanken. Ja, ähm... Have a coin bagger. Thank you coin, sir. Immer wieder gern. Und dann nochmal... Ein wenig Glücksspiel mit der Tante betreiben. Ähm... Böse, auch nicht so glücklich. Glücklich. Dann nehmen wir den. Hier den. Hier den. Das hat nicht so wirklich so glücklich gemacht. Ich bin echt schlecht in diesem Glücksspiel. Das da... Das da... So... Na, also, was machen wir? Fortschritt. Das ist irgendwie doof. Ähm... Hier. Hier. Nein, bitte. Nein, bitte. Ich bin sorry. Das... Ähm... Das ist etwas unfair. Das ist etwas unfair. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Das können wir auch nebenher machen. Bla, bla, bla. Man sieht also, so habe ich mir schon einige Mal jetzt die Zeit vertrieben. Es ist alles doof. Das... 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 Ich bin echt schlecht da drin. Oh, grüß. Whatever. Was ist das supposed to be a compliment? Ja, was. I don't wanna make you laugh. I will make you scream of fear. I'm not buying that one. That works for me. So. Gib es dir. Sure. I've heard about you. What's it worth to you? Ich habe dir doch schon Geld gegeben. Äh... Ja, kommen wir. 15 Kronenstang. 17. 17. 18. 19. 19. 19. 20. 20. So, okay. Ich weiß, wo ich hin muss. Auf, auf. Auf der einen Seite des Flusses, na dann, tauchen wir mal unter Wasser, denn ich kann ja ewig atmen dank meines Helms. Aha, hier rein, okay. Hallo. Hallo, hallo. Was haben wir hier so? So, ein hässliches Messer, Yarn, Fackel, Lockpick, nehme ich mit. So, und mal wieder mein guter Alter, ich beklaue jeden, den ich finden kann. Vielleicht hat der hier einen Schlüssel für die untere Etage dabei. Du siehst mich nicht. Ja, als wenn ich's geahnt hätte. Danke. Noch mal zwei Gold, wer mitgenommen. Pickaxe, brauche ich alles nicht, brauche ich alles nicht. Alles nicht, okay. Genau. Mit dem Kapellenschlüssel. Okay. Wachen. Sind selbige mir freundlich gesonnen oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich speichere. Gehen wir mal zu ihr. Hallo Wache. Sie ist weg. Das ist nicht ihr Schaden? Komm her. Das ist Schaden. Ach Gott, ich meine Rüstung ist toll. Na komm, na komm. Trau dich. Trau dich. Aha. Ja, kurz im Haus. Was hat sie denn also bereit? Ah, Light Armor. Das ist gut. Light Armor brauche ich. Ich nehme mich immer. So. Danke. Handschuhe habe ich schon. Muss ich aber gucken, vielleicht meine besser sind. Rüst. Ruhe. Hier war es nur eine Rüstung. Ich habe einen von der Residenz des Chappels von Arca und Chain. Ich habe zu bezahlen. Okay. Doppel Idee. Ich habe nämlich keinen Bock 1000 Gold zu bezahlen. Das heißt also, am klügsten schleiche ich mich hier durch. Oh, und ich merke, es sind wieder 10 Minuten rum. Ich setze hier einen Schnitt. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dann. Bis dann. Wir sehen uns. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.